Zwei, drei Eins, zwei, drei Eins, zwei Eins Zwei Zwei Drei So Das reicht zum Glück noch Oh So Das Layout Unten steht zumindest schonmal, oben ist es glaube ich erstmal egal Ähm und da müssen wir das Layout aber Unten in der unteren Etage noch irgendwie abbilden Oder ich weiß nicht, es wäre schön Wenn man die Fundamente auch anmalen könnte So La 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 Auf diese Steine Können sie bauen So Oh, alter wie viel Beton wir hier verbrauchen Aber dafür Sieht schonmal ganz gut aus Und ich bin ganz ehrlich Ich finde die Idee immer noch ganz gut Die Schmelzen hier rein zu stellen Für alles Und damit unser Problem noch Noch mehr zu vergrößern Und dann keine Idee haben Wie man es clever hinkriegt Dass man die Sachen an und abgeliefert kriegt Und es immer noch gut aussieht Ich bin dafür, dass wir uns hoffnungslos übernehmen So Ok Ok Ich muss noch mal sagen, wenn man aufnimmt Dann ist dieser, dann ist dieser Erfolgsdruck Etwas hinzukriegen direkt noch mal viel mehr Als wenn man einfach so für sich spielt Und verschiedene Sachen ausprobiert Und la 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 und dann nicht immer sofort das Richtige hat Und dann doch noch mal zehnmal umbaut Weil ich glaube so macht man es einfach hier bei diesem Spiel Man baut einfach zehnmal um Ähm, wenn man für sich spielt ist der Druck Irgendwie nicht wirklich so groß Komischerweise Zwei, drei, eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei So Die fünf lass ich drin Wenn wir doch nur ein gescheites System hätten Aber ist das überhaupt möglich Wenn man das Spiel noch nicht in und auswendig kennt und weiß Was noch alles kommt und was man noch alles brauchen wird Eben an Infrastruktur Ist das überhaupt möglich? Ich glaube ich würde die Halle gerne noch weitermachen Das mache ich vielleicht jetzt noch in der Aufnahme Vielleicht mache ich jetzt erstmal so ein bisschen dieses Ja gut, das ist jetzt nichts Ja, nichts effektives, wenn wir ehrlich sind Aber es ist ein bisschen vor sich hin bauen So ein bisschen rumlayouten und ein bisschen Ein bisschen überlegen Ein bisschen träumen Das mögen doch die Menschen Träumen Davon träumen, dass man irgendwann mal ein effizienter Satisfactory Spieler wird Ach ja Ist doch schön, wenn man noch Träume hat Stell ich mir immer so vor bei Leuten Die irgendwie schon alles haben Und sich auch um nichts mehr kümmern brauchen Weil alles irgendwie immer gemacht wird Oder die können alles Ich stelle mir das immer super langweilig vor Ich stelle mir das immer super langweilig vor Musste ich früher immer bei Neo von Matrix Muss ich daran denken Dass der doch echt ein beschissen langweiliges Leben haben muss Wenn man alles hat Alles kann Also der hat ja alles, der kann ja einfach alles erstellen Am Ende von Matrix 1 zumindest Achso, hier ist schon Das muss wirklich ein beschissen langweiliges Leben sein Glaube ich zumindest So Hier wollte ich Hatte ich da schon was angeschlossen? Nee, ne? Ich mein, wir würden theoretisch noch eine Fabrik hier hinten hinkriegen Da weiß ich nicht Aber hier würden wir noch eine hinkriegen Für Für Benzin und sowas Das würden wir Das würde schon gehen Ich weiß aber nicht, ob ich das will Weil ich dann keinen Bus hinkriege Weil ich dann keinen Bus hinkriege Und den Bus hätte ich eigentlich in die Mitte von dem Ganzen machen sollen Damit der links und rechts liefert Aber ich glaube das wäre noch unübersichtlicher geworden Hätten wir hier so eine schöne Mittelstraße machen können Können wir theoretisch immer noch Eins, zwei, drei Eins, zwei Dann müssen wir nur diese Lagerhalle hier woanders hinräumen Äh, diese Produktionhalle müssen wir woanders hinräumen Dann wäre hier quasi die Mittelstraße Aber das Ich glaube das mache ich nicht So Ähm, gut Das Layout oben haben wir ja theoretisch Jetzt haben wir das Problem Wie können wir Sachen markieren Kann ich, diese grauen Platten kann ich nicht anmalen, ne? Die Bodenplatten Denn ich würde die wirklich gerne markieren irgendwie Mit irgendwas Ich weiß, ich weiß aber nicht genau was Fundamente, Rampe Ich glaube es gibt keine Möglichkeit den Boden zu markieren Dass man sagen kann, okay, hier Ist der Boden, ne? Wir markieren den Boden irgendwie gelb oder sonst irgendwas Und wissen Da ist also, da ist also ein Transportweg Oder, ne? Oder die Lagerhallen outlinen Generell, die Wege outlinen und diese Wege hier outlinen Wir könnten das natürlich abzählen Das Problem ist nur Ich muss es halt trotzdem noch markieren unten Wir sehen es einerseits ganz gut Hier an diesen Wänden Also ich weiß zum Beispiel das hier wäre jetzt ein Weg Das hier Lalalala, da könnte man abtransportieren Dann würde sowas wie mit den Stangen hier gar nicht mehr passieren Ähm, außer dass wir das Problem da drüben haben Aber wie markiere ich den Weg? Ich hole mal grad die Farbpistole Aber ich glaube nicht, dass wir Wege anmalen können Ich wills nur probiert haben, bevor ich sage, dass es nicht geht Ich sage oft, dass Dinge nicht gehen und dann funktioniert aber doch Ich weiß nur nicht wie Das passiert mir ja Ab und zu mal Habe ich das Farbding mit? Nein, eigentlich nicht mit Ähm, das müsste... War das hier oben drin oder? Das war in einem der anderen Container, ne? Hier ist, äh, der Signalisator Ich sollte wirklich wieder auf Englisch schalten Ähm Hier ist wieder jede Menge gekrempelt, das wir eigentlich nicht brauchen Ja Vieles davon können wir einfach löschen Ist das hier Eisen oder was? Eisenerz Das brauchen wir halt echt gar nicht 200 Blütenblätter Also das war das Kupfererz brauchen wir eigentlich auch nicht Hier vielleicht Amirpistole, da, die haben wir ja mit Hier sind noch zwei Signalisatoren Noch viel... Weißt du was? Ich mach mal ganz kurz Folgendes Ich muss ganz kurz... Entschuldigung, mein innerer Monk Ich kann das nicht ertragen gerade Ich pack die mal hier mit dazu So Wo ist denn jetzt die Fahrpistole? Kann ich das nicht? Guck mal Ich mach mal ganz kurz den hier Richtig unverschämt Und dann mach ich mal den hier Hau das alles mal weg Weil wir haben es ja dicke jetzt Offenbar So, das kommt schon mal weg Das würde ich gerne behalten Kabel... Ja, werden wir wahrscheinlich noch brauchen Schrauben auch Kupfererz eigentlich nicht Hä, wo sind denn die Sachen? Hier Farbpistole, okay Inventar Im Inventar Ist alles klar Har 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 Okay Ich würde gerne Gelb haben Und den Boden markieren Scheiße Geht also nicht Geht also nicht Geht also nicht Ist das hier gelb oder orange? Okay, das würde gehen Ja, ich glaube ich möchte die Fabrik Ich glaube ich möchte die Fabrik farbig machen Weiß, gelb, orange, dunkel orange Rot haben wir leider nicht Sonst würde ich dann übergehend hier Hier, hier rüber gehen Ne, so einen kleinen Farbverlauf Schade, dass es kein Rot gibt Warum gibt's denn kein Rot? Das ist aber eine unübliche Entscheidung Hm Und hier? Auch gar nix Ne, nichts Okay Ähm Wie mache ich das dann? Wie kann ich die Straße als solche markieren? Wir haben auch sonst keine Bodenplatten, keine anderen Ich könnte natürlich hier farbige Dinger rein klatschen, das würde schon gehen Okay, das ist direkt das Fundament Das mache ich mal nicht Ähm Hier Wände Das geht schon Und hier mache ich mal spaßeshalber Ähm Das finde ich halt auch ganz gut mit dem Gate Das mag ich ganz gern Wand mit Tür mittig Achso, ja, das macht keinen Sinn da Äh, dann mache ich da oben einfach eine Wand hin Aber so richtig Da fehlen halt noch Möglichkeiten, finde ich Weiß ich nicht Ich würde gern auf dem Boden halt layouten, wie es oben aussieht Das würde ich gerne machen Ich würde gerne die Dinger hier einfärben Und dann sagen Okay, zum Beispiel Das Fabrikgebäude Hier oben Das fängt dann hier an Eins, zwei, drei Geht da rüber, gut Hier sind keine Bodenplatten, aber theoretisch Und dann quasi alles unter der Fabrik markieren Oder Was am einfachsten wäre Die ganzen Wege hier Hier sind immer zwei Dinger Das wären alles Wege, Wege, Wege Und hier das wären auch Wege, Wege, Wege Kann man jetzt hier ran erkennen, aber ist nicht wirklich Das Gelbe vom Ei Wenn wir mal ehrlich sind Ja, schade Also cool, dass es das gibt Und hier kann man bestimmt auch irgendwie markieren Aber das bringt uns momentan lange So, ich geh nochmal ganz kurz hinten ausbauen Weil ich das ganz fauler Weise machen kann Das wird nämlich trotzdem produktiv Auch wenn wir nicht wirklich weiterkommen Ist das nicht toll? Ja, Grund, das ist nicht toll Ok, da unten wäre noch die andere Etage Aber ich mach erstmal Jetzt, wenn wir schon mal hier oben sind So Oh So Na So Ok Ja gut, da wird's ein bisschen schwierig gleich Ich möchte eigentlich gar nicht in die Naturwand reinbauen Ich hätte gerne eigentlich eine Abschlusswand hier Das wär mir ehrlich gesagt lieber Ähm Ok Hier Wären die Burner Und wir würden quasi alle Rohstoffe theoretisch hier hin transportieren Ähm Und das könnten wir theoretisch schon mal ausprobieren Ich weiß nicht, ob's ne gute Idee ist Ich weiß noch nicht, ob der Funk uns schlagen wird Wahrscheinlich wird er uns sehr verprügeln Und wenn ich sage uns, meine ich natürlich mich Wie soll das auch anders sein Ah So, Schmelzerei Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich das hier hinten gemacht habe Und ich weiß noch nicht genau, wie wir alle Rohstoffe hier hinkriegen wollen Wenn wir die Schmelzereien wirklich alle so in einer Reihe haben Ok, das ist tatsächlich Das wäre hier Das wäre hier So rum 1,2,3,4 Und dann einmal andersrum 1,2,3,4 2,3,4 3,4 Ok, das sind 8 pro Halle Und es sind 1,2,3,4,5 Hallen Oh mein Gott Das werden wir niemals hinkriegen Oh Gott, das werden wir niemals hinkriegen Ok, 1 Oh ne, es ist falsch rum Ich lass die trotzdem mal stehen 1,2,3,4 So Und dann hier wieder Da kann ich mich an den Linien immer ganz gut orientieren 1,2,3,4 Oh Gott 1,2,3,4 Weißt du, statt eine Halle erstmal funktionell zu kriegen Gleich den hier machen 1,2,3,4 Also wenn das hier läuft Ne, ich Boah, ich würd 10 Kreuze machen Wenn wir das alles irgendwie auch ordentlich hinkriegen Da noch Verkabelungen ordentlich hinkriegen Ich würd einfach 10 Kreuze machen So, 1 Oh 2 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 3 4 5 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 Und dann könnte man hier quasi super an und ab transportieren Ich weiß noch nicht genau wie man es macht Hier ist ja auch wieder ein Weg Ähm Das mit dem antransportieren wird natürlich schwierig Weil wir haben halt echt viel in einer Reihe Das heißt man müsste den ganzen Space hier noch mit ausnutzen Was aber nicht wirklich geht wenn von da Sachen reinkommen Also eventuell müsste man die dann doch umleiten einmal um die ganze Halle rum Sodass man von der einen Seite kommt dass sie alle in eine Richtung fließen quasi die ganzen Sachen Hm Hm Ich hatte gerade kurz überlegt ob man sich vielleicht Einen Kabelhannes anschafft So Oder ein Ne Ich weiß jetzt Ja weiß ich nicht Jemanden der das für einen macht Wenn man selber überfordert ist Hm Aber ist das doch noch Dann ist ja die Herausforderung irgendwie weg das hinzukriegen Weiß ich nicht Aber die Idee fand ich gerade ganz gut Die Verantwortung von sich wegzuschieben Ja Hm Keine so schlechte Idee Hallo Kinder So warte Ähm Also falls da jemand Bock hat ne Da unten die gesamte Fließbanddingens ordentlich Ja Unter strenger Knute hinzukriegen So Die Folge ist eh vorproduziert Ich kann darauf gar nicht eingehen Weil ich glaub ich bin grad gar nicht da wie diese Folge läuft Aber die Vorstellung Die Vorstellung hat was Schönes Und Befreiendes Ok So hier hätten wir dann diese Dinger ne Und der Rest würde dann quasi nach unten gehen Ähm Wir hätten in der Mitte die Wege die quasi das hier alles eingeschmolzen Abholen müssten Aber das ist glaube ich gar nicht möglich oder Wir hätten Vier pro Seite Ne ich glaube es ist nicht möglich Wir haben ja unten nur ne Dreierhöhe maximal An Förderbändern Ne Viererbreite das wären zwölf Und selbst mit dem hier sind es 24 Und das reicht gerade mal Für die Hälfte Mit schnelleren Förderbändern könnte es gehen oder? Ich weiß es nicht Das muss man sich mal alles ausrechnen irgendwie Ob man jetzt wenn man wirklich die Tier 4 Förderbänder dahin macht Aber die haben wir ja noch lange nicht Wir müssen jetzt mit Einzelförderbändern Vorlieb nehmen Scheiße Ich teste das gerade mal mit dem Gehwegen mit T-Kreuzung Das geht Oh Das scheint zu gehen Hmm Förderbänder kann man ja nicht anschließen ne? Ne Zu teuer Eisenplatte benötigt Alles klar Okay das geht Wenn man unten jetzt das Fundament rausreißen Und das doppelstöckig abholen würde Geh nicht mit Kür Oh warte wir haben keinen Oh wir brauchen Eisenplatten Heeeey Ich mach nur Scheiße habe ich das Gefühl Ich mach die ganze Zeit nur Scheiße aber Wenn diese Scheiße funktionieren würde Es wäre so großartig Es wäre so ein großartiges System hier So die muss ich noch verknüpseln hier Damit ich da auch gleich eine fette Wand hinbauen kann Hm 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 So warte kurz Eisenplatten Dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Das haben wir. Und wenn wir schon mal hier sind, hole ich nochmal schnell ein bisschen mit Beton Bauen können wir auf jeden Fall Alles schön ausbauen, alles übertrieben groß machen Das klappt schon ganz gut Scheiß drauf Ich hätte wahnsinnig gerne den schnellen Wagen, der 100 kmh fährt Den hätte ich wahnsinnig gerne Ich glaube, den können wir aber noch gar nicht freischalten Ich guck mal ganz kurz Ich bin ansonsten mit der Konstruktion Mit dem Gebäude und so, ich bin mit allem eigentlich relativ Ich bin sehr zufrieden Das Einzige, was mir jetzt gerade echt noch Sorgen macht Ist die Verkabelung der Förderbänder Dass man die ordentlich und mit irgendeinem System hinkriegt Ich meine, wir haben ja hier Wir haben immer so einen Typus Hier sind die Schmelzöfen, da sind die Wie heißen die nochmal? Ähm Die Konstruktoren, da hinten sind die Manufaktoren Später kommen auch noch diese Vierer Dinger hin Die fetten Aber wir haben in einer Reihe immer eins Also wenn das System für eine Reihe funktioniert, ist super Und wenn man es noch irgendwie hinkriegt, das glaube ich aber nicht Für eine zweite Etage Ich glaube, da sind wir ein bisschen überfordert Ähm, das wird glaube ich nicht funktionieren Es sei denn, man macht eine Zwischenetage mit Förderbändern Die von hinten angeliefert werden Vom, vom Bussystem Hm 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 Hm, das würde eventuell gehen Dann brauchst du ja Conveyor-Belts Die von hinten nach oben gehen So reinreichen, quasi auf die Zwischenetage Dann dürfte man, dann müssen wir noch ein bisschen höher bauen Was jetzt nicht so das Problem ist Wenn wir mal ehrlich sind Wir müssten nur irgendwie ein Treppenhaus irgendwo bauen Okay, warte Ölaufbereitung Alles ganz toll Ne, warte mal, ich wollte hier nochmal gucken Ähm, Meilenstein auswählen Ölraffinerie, Brennstoff, Gummi Alles toll Platine, Ölpumpe Hier der Fabrikator das nächste Ich glaube, davon passt wahrscheinlich einer in eine Fabrikhalle Ich hoffe, davon brauchen wir nicht allzu viele Brennstoffgenerator, Förderband, MK4 Und das müsste man sich mal alles aufschreiben Wie viel die Förderbänder schaffen 450 pro Minute Wie viel die Fabriken schaffen Wie viel die Förderbänder schaffen Und, ne, damit man das alles mal ein bisschen ausrechnen kann Was wohin geht Jetpack, Gasmaske Ja, wir müssen hier hin Ich glaube, das Töv-Töv ist noch gar nicht dabei, ne? Vielleicht bei den alten? Ne, ne? Wir stimmen erst bei den neuen Achso, Energiefragment Schleimende Elektroschnecken Ah, das ist ja okay Overclocked Buildings Ähm, gelbe Fragmente Fahrpistole Gehwege Schräge Sprungfläche Ja, wunderbar Kettensäge Ne, ich hab auch nicht gesehen, wo wir den Wo wir den bauen könnten Hub-Upgrade Ne, ne, ne Biomassebrenner Juhu! Dazu müssen wir darüber hinaus Okay, wir müssen wahrscheinlich Irgendwie Weltraum Den Weltraumlift Phase 3 abschließen Dazu müssen wir den Weltraumlift erstmal wieder irgendwo hinbauen Okay Okay Schmoke Also wir könnten hinten ne Busetage bauen, die mit mehrstöckigen Förderbändern Ich weiß noch nicht genau, wie man von den mehrstöckigen Förderbändern Sachen abtransportiert Das weiß ich noch nicht Wie gesagt, da brauche ich Da bräuchte man irgendwie ein cleveres System Wenn's ordentlich aussehen soll, aber ich bin momentan einfach ein bisschen überfordert damit Was vielleicht nicht unbedingt wundert So, zwei, drei Hallo Beton Der dürfte dann hier nämlich auch nicht mehr durchwalzen Der müsste wie gesagt hintenrum irgendwo Wenn das alles wirklich geordnet wäre Dann wär der Beton hier gar nicht Der wird hier gar nicht auftauchen So, Gehweg mit T-Kreuzung Ich bau trotzdem schonmal, weil ich ein sturer Bock bin Und das wirklich, wirklich gerne hätte irgendwie Weil noch keine Ahnung habe, wie wir's machen So Oh, da unten steht was Interessantes Was liegt denn da Schönes? Ach Ich glaube wir sind voll, ne Das liegt da Interessantes Okay, alles klar Gehweg mit T-Kreuzung So Achso, weil das hier kein Beton kostet Haben wir da unten wahrscheinlich, äh Beton... Nein, Eisenstangen brauchen wir jetzt Das ist doch nicht wahr Die können wir uns aber theoretisch von den Maschinen holen Aber wir haben leider keinen Platz Das heißt, ich muss mal ganz kurz irgendwo Beton loswerden Beton, Beton, Beton Ich ahne schon wo Hm, 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 hm Ich probier mal eben was Ich probier mal eben was Ähm Wie immer eigentlich Was völlig Unnötiges Was ist denn hier drin? Ich glaube das hier ist drin, ne? Hä, was ist denn? Wo ist denn drin? Wo ist denn draußen? Ist das hier drin? Ich glaube doch das hier ist drin, ne? Ja, das müsste richtig rum sein, okay Gut Dann Ist das jetzt richtig rum? Eins, zwei, drei Eins Zwei Drei Drei Okay Und dann Hallo? So, ich guck mal ganz kurz wie das von draußen aussieht Ich hoffe ich hab die Wände nicht falsch rum gebaut So, ich guck mal ganz kurz wie das von draußen aussieht